So, jetzt zum Chelsea-Turnier habe ich natürlich brandneue U-Sport-Handschuhe ausgepackt. Richtig, richtig geiles Design. Schwarz in Gold, der Handschuh ist gelüxt. Das ist Premium. Wir haben hier vorne wieder den Supergrip mit dem Half-Negative-Cut. Hier hinten geht das über. Wir haben hinten die Punching-Zone mit auch Latex. Dadurch hast du natürlich, wenn du den Ball faustest, hast du immer noch Grit am Ball. Das ist natürlich überragend. Doppel-Einstieg hier unten, einfach, dass du es noch fester ziehen kannst und einen guten Sitz im Handschuh hast. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Der Handschuh ist überragend. Hier unten haben wir nochmal Absolut-Grip. Einfach, wenn du den Ball schaufelst, dass du hier oder den Ball hältst, dass du ihn einfach nochmal besser greifen kannst. Dieser Handschuh ist einfach purer Luxus. Der Grip ist Luxus und das Aussehen, ey, was soll man sagen, überragend.